hallo schön dass ihr da seid heute gibt es ein neues video mit mir und zwar möchte ich mit euch ein cocktail machen eine pina colada die habe ich in diesem heft gefunden und da habe ich schon ein paar tagen eine dose ananas eingefroren und die ist jetzt schon ein paar tage drin also dachte ich machen es mal dazu eine dose ananas eingefroren ich habe jetzt rausgelöst und ein bisschen gröbere stücke zerteilt dann brauche ich dazu 150 kb zider de coco und 1 liter saft das ist nicht das original rezept wo es serviert wird in die cocktail bars aber steht es da drin und da eigentlich besetzt in dem heft alles gut war probieren wir es einfach aus steht da eine kleine dose ananas ja ich nehme mal die normale größe die es da für die in stücken gibt so als erstes ananas in den mixtopf und 20 sekunden stufe 10 also stufe 10 20 sekunden und das ganze cremig rühren so dann schalte ich nachher wieder dazu bis gleich so dann kommen da rein 160 gramm 150 gramm partita de coco ich werde die nächsten tage am das original rezept machen mit rum und ananas saft und kokos und sirup aber da muss ich erst mal einkaufen gehen und jetzt habe ich das schon leider nicht im haus und stufenweise 30 sekunden 6 bis 8 mixen also machen wir stufe 6 so ich habe jetzt kein richtiges cocktail glas das ist das richtige getränk für mich in der richtigen pinnaculada kann der sahne rein das ist jetzt nicht der fall oh ist die lecker also liebe leute macht es nach so was steht sehr sehr lecker und ist keine sahne drin also nicht ganz so schwer wie und nicht so fett wie die anderen post erleben das war's von mir für heute ich hoffe wir sehen uns bald wieder zum neuen video wenn es euch gefallen hat daumen hoch ihr könnt mich ja gern abonnieren ich freue mich bis dann tschüss so jetzt so Untertitelung des ZDF, 2020